Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die Sachen hier, diese Samen eingepflanzt. Und ich war noch nicht nachgucken. Wir müssen jetzt erstmal rein. Ich hoffe ihnen ständig, dass das funktioniert, auch wenn die Reihenfolge nicht richtig war. Oh, wie geil. Okay, also ihr seht hier die Tomaten. Alles ist soweit gewachsen. Zwar in der falschen Reihenfolge, aber das ist offenbar egal. Sehr, sehr geil. Was nicht so geil ist, warum brauchen wir hier... Oh, Moment. Das sehe ich aber was. Da versteckt sich doch was. Sehr schön. Erhalte Sternenmünzen. Da können wir direkt schon mal was... Ne, können wir nicht. Okay, gut. Dann nicht. Aber wir haben was, was wir öffnen können. Einmal benutzen. Eine weiße Jeansjacke mit Mickey Mouse aufnähern. Okay, naja. Ein Rezeptbuch, das ein Rezept erhält. Ne, echt? Ich dachte, Rezeptbücher sind nur zum Anschauen da. Oder zum Gut Aussehen. Das sah jetzt aber eher nach einem magischen Zauberbuch aus, aber okay. Was wir jetzt gerade bekommen haben. Also das Rezept, das steht jetzt nicht drin. Ja, okay. Was haben wir denn hier bei Events? Das sehe ich gerade. Festlicher Sternenfahrt. Mach dir eine Tasse heißen Kakao, schnapp dir eine kuschelige Decke und begib dich auf einen festlichen Sternenweg in Disney Dreamlight Valley. Mit exklusiven neuen Gegenständen kannst du dein ganzes Dorf in die richtige Stimmung für die Weihnachtszeit versetzen. Gewinne Dekorationen, um deine Welt in ein Winterwunderland zu verwandeln. Und weihnachtliche Outfits, um gut auszusehen und es gleichzeitig warm zu haben. Aber das ist noch nicht alles. Mit speziellen neuen Stilen für Mickey Mouse und Merlin bieten wir dir noch mehr Möglichkeiten, dich auszudrücken und Disney Dreamlight Valley ganz nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Erlebe die Freunde am Schwenken mit dem neuen Sternenfahrtpflichten. Baue einen Schneemann, erkunde die frostigen Gipfel der eisigen Höhlen. Muss ich da was freischalten? Und entdecke zusammen mit all deinen Disney-Freunden festliche neue Rezepte. Zieh dich warm an, geh auf Entdeckungsreise und verbringe schöne Feiertage in Dreamlight Valley. Euer fröhlicher Mickey. Aber was müssen wir denn dann machen? Laufen uns die Aufgaben dann so über den Weg? Ne, Moment hier. Entferne Nachtdornen, streichle Tierbegleiter. Oh ja, das kann ich, das geht schnell hier. Baue auf dem Hauptplatz ab. Aber wahrscheinlich nur Mineralien, so wie es hier aussieht. Aktiviere den Premium-Sternenfahrt, um mehr Aufgaben auf einmal zu erledigen. Aha. Naja, wir können ja sonst nichts mit diesen Monddingern anfangen. Und das ist jetzt das erste Event, was ich mitmachen würde. Ich würde mal sagen. Ja. Um schneller Marken zu sammeln und noch mehr exklusive Belohnungen freizuschalten. Du erhältst noch mehr kultige neue Looks, besonders Möbel. Das ist ja ganz lustig hier. Das finde ich cool. Bestätige und erhalte 100 von diesen Dingern. Also die müssen wir jetzt sammeln, nehme ich mal an, um die dann einzulösen. Moment, da gucke ich mal kurz bei den Belohnungen. Für 15 kann man das... Oh, für 40 kann man schon das Kostüm dann holen. Und das hier ist alles mit Premium. Ja, keine Ahnung, was das ist, aber... Das sieht doch gut aus. Ja. Die Frage ist jetzt nur, bestätige... Also ich könnte jetzt 3.300 bezahlen und erhalte 100. Die Frage ist, habe ich trotzdem das Ganze aktiviert? Ich verstehe es so, dass man es einmal aktivieren kann und nichts bekommt für 2.500. Und einmal für 3.300 aktivieren kann und zusätzlich nochmal 100 von denen bekommt. So verstehe ich das jetzt. Ich hoffe, dass das richtig ist, weil wir nämlich nicht so viel davon haben. Dann nehmen wir jetzt direkt mal das dicke, fette Paket, weil wir ja sonst noch kein Event gemacht haben. Eigentlich sehr, sehr schade, weil es hieß ja eigentlich, dass ein Halloween-Event kommen sollte. Aber ich habe bisher noch nichts davon mitbekommen. Und jetzt ist schon wieder Weihnachten, mehr oder weniger. Wir nehmen mal das Rechte. Ja, damit ist das aktiviert. Verbringe eine Stunde mit Vajana. Die habe ich noch nicht freigeschaltet. Beginne tägliche Diskussionen mit Micky, 2 Stück. Gut, das dauert noch 51 Tage, was ich sehr, sehr geil finde. Ich bin ja täglich drin, also ist das nicht ganz so schlimm. Fange Fische auf der Wiese, 20 Stück. Das werde ich auf jeden Fall alles mal machen, allerdings offline. Und ja, ich meine, man kriegt ja nichts mal eben einfach so. Deswegen brauche ich euch das ja nicht unbedingt zu zeigen. Was ist das denn hier? Ist das ein Begleiter oder was? Also, was ich gerne hätte, auf jeden Fall, ist das Kostüm. Das werde ich mir als erstes holen. Zack. Sehr, sehr geil. Zweite Seite kann ich wahrscheinlich. Gesperrt, 150 Mondstein. Hol dir mindestens drei der sieben Belohnungen. Ach so, von Seite 1 um diesen Bereich. Ah, okay, okay, okay. So, was ist das jetzt? Begleiter Weihnachtsfuchs. Das ist tatsächlich ein Begleiter. Oh, wie geil. Was ist das? Ein Motiv. Fragt sich nur wofür. Noch ein Motiv. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall den Begleiter. Das ist ja mal... Cool. Jetzt haben wir nur noch zehn übrig. Theoretischerweise könnten wir davon jetzt 100 von Degen kaufen. Ach so, oder wir holen uns... Ich würde sagen Stitch. Als Motiv. Können wir uns gerade noch so holen? Und dann wäre die zweite Seite auch schon freigeschaltet. Wir können ja dann auch rückwürgen und auch was kaufen. Das ist geil. Das sind auch wieder Motive, ne? Was ist das? Heißer Kakaostand. Oh, okay. Großer Stapel Geschenke. Großer Baum der... Ach so, aber das sind nur Dekorationen hier. Die kann man sich dann... Oh, die... Eve... Eve was, glaube ich, ne? Von Wolli E. Oh, wie süß. Also, ich habe noch offline einiges zu tun. Aber ihr habt das zumindest schon mal gesehen. Also, es ist gar nicht... Das war ja die Beschreibung. Es ist gar nicht so schwer. Man muss hier, in Anführungszeichen, einfach diese Päckchen sammeln. Und dann kann man die gegen Belohnungen eintauschen. Und darf sich dann freuen. Das ist dann die letzte Seite. Da kriegt... Ach so, dann kann man die wieder neu holen. Ich verstehe es schon. Also, das ist bestimmt gar nicht so schlecht, wenn man die holt. Weil man die ja wieder braucht, um dann fürs nächste Event freizuschalten. Das sind 250, 300, 400, 800. Oh ja, das ist doch schon einiges, was man sich rein theoretisch hier durchholen könnte. Vielleicht kann man sich dadurch dann auch, wenn man das alles macht, das nächste wieder finanzieren. Marken kaufen. Marken kaufen? Ja, ich will da jetzt lieber nicht drauf klicken. Nicht, dass ich irgendwas falsch mache. So. Ja, perfekt. Das ist hier mal cool. Ähm, was muss ich denn jetzt hier machen eigentlich? Ich bin hier schon total raus. Das letzte Rätsel. Bleib auf Trab, kochen und essen, was man angebaut hat. Mhm. Wenn ich das jetzt aber oben rausnehme, bleibt dann die Tür offen. Das ist jetzt eher mein Problem. Und wir haben keine Tomaten, ne? Wir haben... Rezepte. Was ist denn das jetzt eigentlich für ein Rezept gewesen, was wir jetzt bekommen haben? Das weiß ich immer noch nicht. Also, es kann sein, dass das jetzt natürlich genau das ist. Ach so, Zwiebeln haben wir nicht, ne? Ah, schade. Sonst hätten wir jetzt ganz viele Sachen, die wir ja noch machen können. Weil die haben wir jetzt zum Beispiel. Die Tomaten können wir theoretisch machen. Aber die Zwiebeln leider immer noch nicht. Ich sehe jetzt so auch auf Anhieb nicht. Doch, Moment. Nudeln mit Gemüse. Ach so. Also, wir bräuchten eine Tomate, einmal Weizen und... Ja, wie gesagt, das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ob wir dann wieder da runterkommen. Weil nicht, dass sich das nachher wieder aktiviert. Ich meine, gut, ob ich jetzt... Moment, das können wir hier doch eigentlich mal... Ne, das können wir hier nicht mehr rausnehmen. Hm. Die können wir ernten. Ich probiere das mal. Eine Karotte habe ich ja noch. Ich probiere das mal mit der Karotte. Wenn ich die jetzt rausnehme... Bleibt die Tür aber weg. Also, offen. Na gut. Dann nehmen wir jetzt mal... Ich wollte gerade sagen, nicht, dass der jetzt hier gerade... So, dann nehmen wir die mal mit. Und jetzt bleiben wir hier unten ewig gefangen, weil es jetzt zugeht. Nein, ich hoffe natürlich nicht. Ähm... Gut. Wo war das Rezept? Dann können wir das direkt automatisch auffüllen lassen. Nudeln mit Gemüse. Ach, wir haben gar keine... Doch, wir haben doch... Oh, ich dachte schon. Ein neues Rezept. Haben wir ja schon gelernt. War ja klar. Und das sollen wir jetzt essen, stand da drin. Guck nochmal kurz nach. Bleib auf Trab, kochen und essen, was man angebaut hat. Ja. Ja, dann... Oh, Moment. Ach so, doch. Das heißt ja nicht, dass wir ihm das geben sollen, nehme ich mal an. Sondern das heißt, dass wir das wirklich selber essen sollen. Hoffe ich. Ja, das hörte sich gut an. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Oh Gott, was kommt jetzt? Da komme ich noch nicht hin. Moment, da hatte ich doch... Äh? Wo sind die Kugel jetzt hin? Von oben konnte ich eine Kugel sehen. So. Ich habe eine neue Sprache gelernt. Sie ist extrem einfach zu lernen. Und man kann komplizierte Ideen ganz schnell ausdrücken. Ich werde sie benutzen, um mein Tagebuch zu führen. Okay. Noch eine letzte Sache und du kannst gehen. Dann fang die Kugel, die unten liegt, ohne zu flehen. Was meinen die denn mit ohne zu flehen? Und was hat das mit dem drei Dingern hier zu tun? Gibt es da noch einen geheimen Eingang, wenn man hier irgendwas... Ich kann hier doch nicht hin, oder? Naja. Fang die Kugel, ohne zu flehen. Das ist jetzt in der Tat eine seltsame Aufgabe. Ach, Fische, die Kugel... Ach so. Ja, manchmal hilft auch ein Wort, denke ich, damit man es versteht. Ja, perfekt. Kugel der Macht. Ja. Darf ich mal? Ich will hier raus. So, jetzt haben wir alles. Platziere die Kugel der Macht in der Säule in der Nähe der mystischen Grotte. Ähm, ich denke mal, meinen die jetzt das, wo wir hier rauskommen? Hallo. Darf ich hier nicht mehr hoch? Jetzt. Ich wollte gerade sagen. Nicht baggen, bitte, ja? Ich habe jetzt hier so viel Schönes gemacht. Ich möchte nicht verbackt sein. Also, beziehungsweise, das soll nicht verbackt sein. Hallo, darf ich dich streicheln? Drei, vier, fünf. Das muss ich jetzt mit P machen, okay? Ne, Moment, hier. Und schwupps, haben wir schon Bauer auf dem Hauptplatz ab. Okay. Äh, schon haben wir wieder was bekommen. So. Ich denke mal, dass sie das hier meinen, oder? Müssen wir jetzt mal ausprobieren. Ja, hier können wir... Perfekt. Kehre zu Ursula in die verfluchte Höhle in der Nähe des schillernden Strands zurück. Okay. Aber diese komischen Dinger, die liegen trotzdem noch überall rum. Achso, das ist Stein. Warum sammle ich Stein? Ah. Hallo, Ursula. Ich gehe wieder. Äh. Das sind sogar noch die Sachen, die ich hier abgeworfen habe. Krass, ne? Krass. Okay. Die scheinen wirklich nicht wegzugehen. Oh, du bist es. Hervorragend. Willkommen zurück, Fischlein. Wie ich sehe, hast du deinen Teil der Abmachung eingehalten. Tja, eine Abmachung ist eine Abmachung. Ich weihe dich in ein kleines Geheimnis über das Vergessen ein. Alle reden über das Vergessen, als wäre es nur eine schlimme Sache, die passiert ist. Wie eine Altenblüte im Ozean. Aber das Vergessen ist viel mehr als ein flüchtiger Moment in der Geschichte unseres Dorfes. Das Vergessen wird von einem Wesen verursacht. Das Vergessen ist so echt wie du und ich. Das Vergessen ist immer noch hier und verflucht das Dorf. Warum würde jemand so etwas tun? Wer weiß. Für einige natürlich, nicht für mich, reicht es schon, Ärger zu verursachen. Wenn wir das Vergessen aufhalten wollen, musst du die Säulen reparieren. Sie sind das Einzige, was das Dorf vor den Flüchen des Vergessens schützen kann. Geh jetzt und erzähle es jedem, der es wissen muss. Aber sei vorsichtig. Man weiß nie, wer zuhört. Danke, Seeherzchen. Und jetzt hinfort mit dir. Hinfort. Genau, ich gehe wieder. Ich will auch nicht zu lange bei dieser komischen Meeressechse bleiben. Hallo. Die streichle ich auch nochmal kurz. Moment, jetzt laufe ich in die falsche Richtung, oder? Da. So, lasse Merlin wissen, dass Ursula frei ist. Moment, wo ist Merlin denn? Können wir doch eigentlich... Das war jetzt das Falsche, ne? Ich habe den Brunnen übrigens ein bisschen verstellt, ein bisschen näher hier oben rangebracht. Äh, das könnt ihr natürlich auch machen. Das ist gut. Wir ernten mal eben... Oh, ernte fünf Gemüse haben wir auch schon wieder. Perfekt. Mache ein Foto, ist auch wieder drin. Moment, ich weiß es noch. Einmal die sechs drücken. Achso, rechte Taste. Und dann einmal so klack mit E einfangen. Zack. Und, äh, ich speichere das mal. Sieht scheiße aus. Aber egal, ich speichere es trotzdem. So, dann können wir das auch direkt machen. Zack, fangen wir drei Meeresfrüchte und so weiter. Das können wir später mal machen. Merlin! Merlin? Ach da. Bleib mal stehen. Jetzt komm schon. Uns erwartet viel Arbeit. Gameplayerin. Du hast die Kugel der Macht an ihren rechtmäßigen Platz zurückgebracht. Gut gemacht. Du hast fabelhafte Dinge für dieses Dorf getan, meine Freundin. Allerdings ist jetzt wohl auch die Meereshexe frei. Das ist eine eher unglückliche Folge davon. Ihr Name ist Ursula. Genau. Ich lasse niemanden zurück. Naja, gut, sie hätte ich gerne zurückgelassen. Aber es war halt der einzige Weg, ne? Ja, das stimmt. Das Vergessen ist eine viel größere Bedrohung, als sie es je sein wird. Wenn es das Vergessen ist, dass sie gefangen hielt, hast du das Richtige getan, als du sie befreit hast. Sei vorsichtig, Gameplayerin. Ursula würde alles tun, um mehr Macht zu bekommen. Ich bin sicher, dass sie die Stärke in dir sieht. Haha, meisterhaft. So, wir haben noch Christoph. Stimmt. Wobei wir den erstmal finden müssen. Aus dem Wald der Tapferkeit kommt ein seltsames Geräusch. Geh nachsehen. Würde ich aber ungerne in dieser Folge machen, bin ich ganz ehrlich, weil ich die halt doch so ein bisschen nacheinander machen möchte. Rohkost können wir... Achso, Rohkost können wir... Wir müssten tatsächlich mal... Oder sollen wir das mal hier in der Nähe machen? Ich bin gerade überlegen. Fläche vorne. Wir müssten tatsächlich mal... Achso, könnte man die... Moment. Ach, die kann man... Die kann man einfach vorstellen. Okay, perfekt. Dann mach ich das doch mal so. Ähm... Das am besten auch so ein bisschen... Ja, oder ganz nach da. So, ich geh nicht ganz so weit dann rüber. Ich hoffe, das reicht schon. Dann würde ich nämlich sagen... Aber das mache ich dann offline... Dass ich hier mal ein Feld anlege... Und da tatsächlich mal die ganzen Sachen... Ähm... Wie Tomaten und so weiter drauf mache. Es ist ja nicht schlimm, dass das nicht so schnell geht... Wenn das angepflanzt wird. Also beziehungsweise... Äh... Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich irgendwo... Gelesen oder gehört hatte... Dass... Ähm... In den einzelnen Gebieten Vorteile sind... Für die Sachen, die man anpflanzt. Wenn ich es richtig verstanden habe... Soll man wohl die Sachen da anpflanzen... Wo man sie bekommt. Wir haben jetzt natürlich jede Menge... Sachen da. Ich weiß jetzt auch gar nicht... Die Tomaten... Können wir die eigentlich... Konnten wir die hier... Boah... Ja, lauf bloß nicht drum herum. Könnten wir die hier kaufen? Bei Goofy? Denke ich immer direkt an... Goofy... Und Max... Ähm... Wir haben hier... Ich kann es gar nicht... Oh, ich kann es echt nicht sehen hier. Ich stehe hier so blöd davor. Lauch. Okay. Lauch und... Aber wieso ist das hier eigentlich drin? Die Zitronen? Ich meine, gut, das sind ganze Zitronen, aber... Bis bald! Ja, ja. Äh, what? Hä? Wo ist denn das Feld, was ich hier extra mühsam gemacht habe? Ich habe euch das noch gezeigt. Das weiß ich. Äh, in der letzten oder vorletzten Folge... Habe ich euch noch gezeigt, dass ich hier so ein Feld gemacht habe, um da Sachen anzupflanzen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die Sachen von hier, die müssten wir dann erst noch kaufen und so. Und ich hatte kein Geld. Jetzt ist das Feld weg. Ernsthaft jetzt? Also die Felder, die man anlegt, wo man nichts angepflanzt hat, die sind dann einfach weg oder was? Das ist ja scheiße. Weil hier die Sachen stehen noch. Und die habe ich definitiv danach erst hier zusammengestellt. Das ist richtig mies, finde ich. Ich will dich nicht streicheln. Ich wollte hier ernten. Was ist das denn? Geht das Eichhörnchen einfach dazwischen und lässt dich streicheln. Sauerei. Ähm. Wir sammeln hier noch mal ein paar Pilze auf. Das lauft mir doch nicht ständig hinterher. Ich meine, das ist ja süß, aber... Ich will eigentlich nur mal eben gucken, ob ich hier noch ein paar Pilze finde, die wir dann... Äh, nein. Ja. So. Hier ist noch ein Pilz. Zack. Oh. Da haben wir wieder was. Hä? Achso, ich dachte, das ist das. So. Hier noch Pilze? Nein. Aber immer noch hier dieses Zeugs. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mach das doch noch ein bisschen weiter auseinander, damit ich da gar nicht mehr drankomme. Oh. Oh. Cool. Das waren dann nochmal 178 am Schluss. Das ist cool. Ich will auch immer noch wissen, wie ich diese blöden Pilze da wegbekomme, damit ich die Sachen hier einsammeln kann. so. Die kleinen, schleimigen Viecher sind irgendwie heute nicht dabei. Das nehmen wir auch nochmal kurz mit. Und schon habe ich wieder irgendwas. Achso, wegen den Zitrinen. Okay. Irgendwas, wo wir da Punkte mitkriegen. Wir haben aber nicht so viel, ne? 6.500. Ne, ja, das geht noch. Theoretischerweise... Ich weiß jetzt gar nicht, was wir überhaupt... Moment. Die Lichtung. Wieso kann ich hier gerade nicht rein- oder rauszoomen? Hallo? Ja. Da steht das. Vielleicht, weil ich das Ding jetzt drin habe? Ne. Hallo? Also, ihr hört wahrscheinlich mein Mausrad. Ich darf nicht zoomen. Keine Ahnung, warum. Ähm. Hier muss ich, glaube ich, nichts freischalten, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber die sonnige Ebene, das war hier oben, die würde ich gerne freischalten. Ich glaube aber, ich hatte nicht genug dafür, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich würde gerne, irgendwie gerne erstmal alle Ebenen freischalten, auch wenn ich die noch nicht benutzen kann. Habe ich hier durch, ja. Aber ich glaube, das war zu 7.000. Ah ja, wir haben nur 6.500. Ja, dann war das das Problem. Äh, ach so, genau. Das wollte ich auch noch machen. Wir haben nämlich auch noch etwas, was wir im Schloss machen können. Jetzt bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich lieber im Schloss weitermache oder ob ich mich jetzt, ähm, zur Eiskönigin begeben möchte, beziehungsweise zu Christoph. Eigentlich bin ich super begeistert, weil ich jetzt den Bereich machen wollte. Aber ich bin, wo stehe ich denn jetzt gerade drin? Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich würde auch gerne wissen, was das oben ist. Also diese, äh, was wir da frei... Ach so, ha, weiter, ja. Was wir da oben freischalten können, würde mich jetzt sehr interessieren. Wir müssen für die Zukunft planen. Ja, wir müssen überhaupt mal reden, glaube ich. Lass uns was Lustiges unter... Ne, doch, lass uns was Lustiges unternehmen. Gameplayerin, ich weiß, dass du keine Zauberin bist, aber hast du jemals von einem Duell der Zauberer gehört? Ja? Hey! Hey, dann weißt du ja, wie es funktioniert. Mein letzter Kampf mit Madam... Mim... Nun, es war ein erbitterter Zweikampf, könnte man sagen. Wir müssen nicht so brutal sein. Da du deine Form noch nicht wandeln kannst, nennen wir nur die Namen dessen, in was wir uns verwandeln würden. Lass uns bei Tieren bleiben. Alles klar? Ich fange an. Ach ja, da war doch was mit der Katze und der Maus, ne? Und dann hat er doch gesagt, ja, du kannst dich aber nicht in was Kleineres verwandeln als die Katze. Und dann hat sie eine Maus gewählt und dann hat er sie gefressen, glaube ich. Ich fange an. Ich wähle die Form einer Schildkröte. Wenn ich jetzt direkt mit dem Elefanten ankomme, ist es vielleicht ein bisschen groß, ne? Schildkröte. Ach so, dann könnte ich aber ein Kaninchen. Das ist schneller, ne? Ein Kaninchen. Willst du mich, die Schildkröte, zu einem Wettrennen herausfordern? Ja, das war mein Gedanke. Nun, ich kenne eine Fabel, die dir sagen wird, wie das ausgeht. Hehe, ich gewinne. Hehe, und jetzt lauf. Ja, stimmt auch wieder. Hat ja gar nicht der Hase gewonnen, ne? Ja, ist schon richtig, ist schon richtig. Okay, dann würde ich sagen, schnappen wir uns nochmal schnell was zu essen. So. Jetzt habe ich die Äpfelbäume auch mitgenommen, die wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Und ich verabschiede mich dann erstmal für heute. Beziehungsweise, ich nehme jetzt weiter auf und ihr seht den Rest dann in der nächsten Folge. Ich sage jetzt mal morgen, wenn alles glatt läuft und es täglich hochgeladen werden kann. Dann werden wir auf jeden Fall mal ins Schloss gehen. In der Hoffnung, dass ich es überhaupt freischalten kann. Ich weiß ja nicht, wie viele Punkte ich dafür brauche. Und wenn das funktioniert mit dem Freischalten, dann schauen wir uns mal an, wen wir da dann noch animieren könnten, zu uns zu kommen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.